Ich werde Ihnen ein biologisches System vorstellen, dass wir in über 15 Jahren unsere universitären Forschung ergründet haben. Dieses System ist für unsere Gesundheit wichtig. Es besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil besteht in uns. Es handelt sich dabei um ein Protein, von dem wir im Jahr 1995 entdeckten, dass es intrinsisch in Tumorzellen ist. Das heißt, dass es in Tumorzellen immer vorhanden ist. Es trägt die Bezeichnung Zyp1b1. Der zweite Teil bildet eine Gruppe von Naturstoffen, die wir 2002 entdeckt haben und die in vielen Obst- und Gemüsesorten und auch in Kräutern unserer täglichen Nahrung enthalten sind. Und wir nannten diese dann Salvestrole. Und wie meine Kollegen gerade gesagt haben, wir nennen sie Salvestroles. Ich habe ein kleines Deutsch. Bei ihren Zellen, jede von diesen allein, hat uns keinen guten Effekt. Getrennt bringen uns diese beiden Teile keinen Nutzen. Aber in Tumorzellen kommen sie dann zusammen und es passiert etwas. Sie bilden ein System, das leistungsstarke Antikrebs-Eigenschaften hat. Das System ist einzigartig und kann mit bestehenden anderen Systemen nicht verglichen werden. Und ich möchte auch nochmal betonen, es hat nichts zu tun mit Antioxidantien. Ich möchte noch ein wenig über Zyp1b1 sagen. Das hier ist eine Gewebeprobe eines Speiseröhrenkrebses, wie sie ein Pathologe durch das Mikroskop sehen würde. Die großen schwarzen Zellen sind Krebszellen und ich habe zwei davon ihnen hervorgehoben. Und die vielen anderen kleinen violetten Zellen, das sind normale Zellen und ich habe eine davon hervorgehoben. Wir haben die Gewebeprobe im Pathologie-Labor bearbeitet und mit bestimmten chemischen Farbstoffen, den sogenannten Stains, eingefärbt. Die Zellstruktur erscheint violett und die Anwesenheit des Proteins Typ 1b1 erscheint schwarz. Die Krebszellen sind schwarz, weil sie das Protein Typ 1b1 aufweisen. Und die normalen Zellen sind schwarz, weil sie kein Typ 1b1 enthalten. So, now we know that this CYP1b1 protein is greatly overexpressed in cancer cells and in all types of cancer. Wir wissen, dass Typ 1b1 in Krebszellen stark überexprimiert ist und das gilt für alle Krebsarten. Wir können das jetzt auch behaupten, da seit der Entdeckung viele Forschungsgruppen in aller Welt... Also, das waren viele Forschungsgruppen aus aller Welt, die über 30 weitere Forschungsarbeiten zu diesem Thema veröffentlicht haben. Und darunter waren 3000 entnommene Gewebeproben und darunter 2500 Krebsproben, die behandelt wurden. Überexprimiert bedeutet, dass in Krebszellen extrem viel mehr Typ 1b1 enthalten ist als in normalen Zellen. In normalen Zellen tatsächlich kann das Typ 1b1 eigentlich überhaupt nicht nachgewiesen werden. Und dann... Und dann... Und dann... ... ... Vielen Dank.